Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Eigentlich wird ihr heute gebacken, aber passt denn ein Kuchen zu Silvester? Wollen wir euch lieber alle feiern und ein bisschen am Befehl haschen. Ich habe heute eine Party Silvester Neujahrssuppe für euch. Die ist auch ein bisschen schärfer, so dass wir munter ins neue Jahr starten. Für die Suppe brauchen wir auch keine besonderen Zutaten, sondern nur solche, die fast jeder zu Hause hat. So, dann lasst uns mal loslegen. Abonniert euch schon meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins meiner nächsten News verpasst. Wir brauchen 300 Gramm Würstchen, eine Paprika, 200 Gramm Tomaten, eine Zwiebel, zwei Möhren, 200 Gramm Mais, ein Liter Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, Chili Pulver, Tomatenmark und Öl. Bevor wir anfangen die Suppe zu kochen, werden erst einmal die Zutaten alle klein geschnitten. Mit den Würstchen fangen wir an. Ich habe eine grüne Paprika genommen, weil die farblich besser in die Suppe passt. Die Tomaten werden gefüttelt und die Kerne entfernt. Die Zwiebel brauchen wir diesmal nicht so klein zu schneiden. Ihr könnt die Möhren mit dem Messer in Scheiben schneiden oder wenn ihr dünnere Scheiben möchtet, gebt ihr einfach den Gemüseschäler. Nun wird gekocht und dafür braten wir zuerst die Würstchen an. Zum Braten nehmen wir etwas Donnenblumen oder Rapsöl. Als nächstes dünsten wir Zwiebeln, Möhren und Paprika an. Nun geben wir etwas Brühe dazu und wir rühren darin unser Tomatenmark. Dann geben wir die restliche Brühe, die Tomaten und den Mais dazu. Zuletzt würzeln noch mit Salz, Pfeffer und etwas Chilipulver. Nehmt beim Chilipulver lieber erst etwas weniger und würzt danach. Wir lassen unsere Suppe jetzt 10 bis 15 Minuten köcheln. Meine Partysuppe ist fertig. Ich habe sie 10 Minuten köcheln lassen und nun kann sie auch schon serviert werden. Hierzu könnt ihr noch Brot oder saure Sahne reichen. Wie gesehen habe, war die Suppe auch ganz schnell zubereitet und nun haben wir Zeit zum Feiern. Das Rezept findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.